Ja, hier ist Chris Hemmschemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Heute geht es um das coole Thema, wahre Liebe lässt frei. Stay tuned. Ja, genau. Genau, noch zwei Hinweise. Einmal am Freitag, da gibt es so ein Event mit mir in Hamburg, so ein Wine-Event, wo es auch Lesungen gibt und so weiter. Also es ist in Hamburg und das Datum sage ich euch gerade nochmal, das ist der 16. Und einen Link dazu findet ihr unter diesem Video. Und noch wichtig, so ab 1. September gibt es dann hier ein bisschen neue Preisstruktur mit meinen Online-Kursen, weil das so gerade einfach nicht mehr zu wuppen ist. Also wenn ihr noch die alten Preise mitnehmen wollt, genau, kümmert euch dann jetzt im August noch drum. Betrifft vor allen Dingen, ja, diese Hauptmodule und auch noch, also ganz besonders, E-Mail-Coaching und die Strategie-Sessions, genau. Ja, gut, also heute haben wir wieder eine coole E-Mail, wenn du auch solche Fragen hast, kannst du bei einem Formula auf Eheberatung.info machen. Gut, also eine Frage von Roberto Skow und er sagt, Hi Christian, ich habe mir ein paar Videos von dir angeschaut, ich finde sie sehr gut, dein Buch muss ich mir noch besorgen, der Liebescode. Ich dachte, ich schreibe dir mal, vielleicht kannst du mir einen Rat geben. Ich bin seit drei Jahren mit meiner Freundin zusammen, wir leben auch fast drei Jahre schon in einer gemeinsamen Wohnung. Ich habe gestern das erste Mal vom Manhattan-Effekt gehört. Also ich habe ja damals ein Video gemacht, der, jetzt weiß ich gerade nicht, wie der andere Effekt, heißt, der Manhattan-Effekt und der, ich komme gar nicht darauf hin, da geht es darum, zieht man sich gegenseitig runter in einer Beziehung und kontrolliert sich gegenseitig oder pusht man sich hoch, ne? Also es ist eine Beziehung sozusagen, wo jeder den anderen zu Höchstleistungen bringt, ja, weil er hinter ihm steht und, ja, also nicht nur an ihn glaubt, sondern auch wirklich, ja, auch das, soll ich mal sagen, eigene Ego zurückstellt hinter dem, was für den Partner vielleicht gut ist. Meine Freundin fühlt sich in unserer aktuellen Stadt nicht wohl und ist hier auch nie angekommen. Sie ist vor über drei Jahren aufgrund des Jobs hergezogen. Wir haben uns dann kennengelernt, außer dem Job, und mir hält sie hier nichts. Das ist immer blöd, wenn man sich immer ein Ziel und die Stadt gefiltert hat, nicht? Das ist immer schwierig. Sie hat mir vor über einem Jahr gesagt, dass sie wieder in ihre alte Heimat will, 100 Kilometer weit von unserer Stadt wegziehen möchte. Dort hat sie Freunde und Familie. Ihr geht es mal gut, immer wieder ist sie echt dauernd, hat auf nichts Lust. Sie macht mir Druck. Ja, also das ist das Thema, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will. Also ist auch so ein bisschen so ein Link zu dem Thema Spiritualität und Beziehung. Da sagt man ja so, im spirituellen Bereich sagt man gerne so, redet man gerne so von 3D-Beziehungen. Also 3D-Beziehungen sind Beziehungen, die so auf Ego, Macht, Interessen durchsetzen, Kontrolle, Druck, Kampf basieren. Wo man jetzt mal sagen kann, ja, ein Großteil unserer Beziehungen basieren da drauf. Und wo wir uns halt hinentwickeln wollen, sind halt, ja, freie, also, wie soll ich mal sagen, Beziehungen, wo es mehr wahre Liebe gibt. Und wahre Liebe operiert eben nicht mit Durchsetzen, Macht, ich setze mein Ego durch. Und Ego, da mache ich auch nochmal ein Video zu. Ego kann im Minuspol eben sein, einfach die Interessenknaller durchzusetzen. Im Pluspol ist Ego halt häufig, ja, diese Angst, wo verlassen werden, wovon man sich schützen möchte. Und Ego ist eigentlich nichts Schlechtes. Das ist halt so ein Set von Schutzmechanismen, die wir haben so. Nur, wenn es immer am Steuer ist, oder wenn es überhaupt am Steuer ist, und nicht unser freies Bewusstsein, dann wird es halt schwierig. So, Asi macht Druck. Das ist so ein, wie gesagt, wie man das so nennt, 3D-Thema. Für mich ist es so, dass durch diesen Druck seit über einem Jahr etwas an der Beziehung kaputt gegangen ist. Ja, deswegen, dieses Video ist wirklich super wichtig, weil es geht was kaputt. Also, es ist nicht so, dass man einfach Druck machen kann und Macht ausüben kann und sein Ding durchziehen kann und es passiert nichts. Es macht eine Beziehung kaputt, weil es ist keine wahre Liebe. Es ist Ego-Liebe, wenn überhaupt. Sie unterstützt mich nicht wirklich bei meinen Projekten hier in unserer Stadt, weil sie will ja, dass ich mit ihr gehe. Ja, und es hat mit Liebe nichts zu tun. Ich weiß, dass vielleicht sogar der Alltag, sogar in den meisten Beziehungen sowas, aber es ist einfach Ego durchsetzen. Es ist einfach, was sie will. Sie möchte gerne, dass sie mitkommt. Sie möchte in ihrer Heimatstadt und ja, anstatt dass sie, sie darf sich das natürlich wünschen, das ist total in Ordnung, aber da jetzt Druck zu machen, ist völlig kontraproduktiv. Sie sagt mir, dass sie das ohne mich nicht leben kann und ich ihr ein und alles bin. Ja, jetzt mal ganz hart gesagt, das ist nicht dein Problem. Das ist ihr Ego, weil ihr freies Bewusstsein wiederum weiß, dass sie nicht wirklich abhängig von dir ist. Sie liebt dich vielleicht, aber sie ist nicht abhängig von dir. Eifersüchtig ist sie auch. Das ist so das nächste 3D-Thema. Das ist ja auch, also gut, man kann eifersüchtig sein, ohne zu kontrollieren, aber häufig geht es da mit Kontrolle einher. Ja, ich müsste meinen Jobfreunden Hobbys aufgeben, damit ich sie begleiten kann. Ja, und du willst es nicht. Mach es nicht. Bevor ich an das Thema Heirat und Kinder gehe, muss ich erst klären, wo wir leben werden oder auch nicht. Aktuell weiß ich nicht, wo ich ansetzen kann. Also ihr wisst noch nicht mal, wo ihr leben wollt. Dann braucht ihr das Thema Heirat und Kinder und wirklich nicht angehen. Und ich weiß nicht, ob ich jemanden heiraten wollen würde, kann sich auch noch entwickeln, der aktuell mir Druck machen will. Also ich meine, es kann ja auch noch ganz andere Themen gehen, wo du Druck entstehen kannst. Ich genieße es allein, gerade allein zu sein und doch fehlt sie mir. Ja, jetzt darfst du überlegen, was du möchtest. Vielleicht ist für dich eine Fair-Beziehung gerade total das Richtige und dann machst du das. Und dann sagst du, also ohne in dein Ego zu gehen, ganz ruhig, ohne patzig zu werden, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte gern da meinen Raum haben und mit dir zusammenbleiben, aber ich möchte nicht in deine Stadt gehen. Vielleicht möchtest du in deine Stadt gehen. Also du darfst jetzt auch dein Ego nicht durchsetzen, dass du sagst dir, du bleibst schon hier. Dann wäre vielleicht für dich richtig zu sagen, geh du doch in deine Stadt und wir haben eine Fair-Beziehung. Ich meine, 100 Kilometer ist gar nichts, das ist mal ehrlich. Aber ich bin mittlerweile am Zweifeln, ob sie die Richtige für mich ist. Ja, das liegt an dem Druck. Das kannst du dir ruhig sagen. Ich möchte dir auch nichts verbauen, weil die weibliche Uhr ja tickt. Wie alt seid ihr? Steht hier leider nicht. Aber das ist nicht dein Thema. Also wenn du jetzt kein Kind möchtest, musst du es nicht machen und lass dich da nicht unter Druck setzen. Und wenn sie ein Kind möchte und das Wichtige ist, hat es deine Beziehung, dann muss sie halt gehen, dann musst du wieder mit klarkommen. Das ist eine blöde Situation, vielleicht hast du ja Zeit zu antworten. Würde mich freuen. Ja, das klassisches Szenario, ich meine, das Leben wirft uns immer wieder vor solche scheinbar unlösenden Aufgaben, damit wir daran wachsen. Mehr ist es nicht. Wir dürfen wachsen da dran. Und ja, das ist jetzt deine Chance, da eine Lösung zu finden, die nicht kalt ist, die nicht, also wo du nicht ins Ego gehst, aber wo du ganz klar sagst, das ist mein Weg und dem bin ich bereit zu gehen. Und wenn du auf diesem Weg nicht mitgehst, es ist schade, aber wie gesagt, das ist ja nicht so, wahre Liebe lässt frei. Das heißt, du lässt sie frei, dass sie wieder in ihre Stadt gehen kann und sie lässt dich aber auch frei, in deiner Stadt zu bleiben. Und ich meine, wenn ihr euch liebt, dann spielt Zeit und Raum keine Rolle irgendwie. So sieht es aus. Aber das sind, ich finde, wichtige Themen. Ich würde die auch mal ein bisschen mehr beleuchten, weil, ich meine, da sind wir alle nicht so. Oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sind ein paar Leute da. Ich finde es auch super schwierig, so in die Richtung zu gehen, dass man wirklich, ja, was ich ja auch jedes Jahr mal wieder poste zu Weihnachten, mal ein Video, visionäre Beziehungen, dass man wirklich in die Richtung kommt. Aber das ist eben ein wichtiger Punkt, dieses Freilassen. Ohne natürlich sich selber völlig zu verraten, unter die Räder zu kommen. Aber das von anderem mal vielleicht mehr. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020